Moin Leute, willkommen in Budeland. Im heutigen Video geht es um das Thema Wearables und Smartwatches. Und zwar habe ich ja in den letzten Jahren einige Wearables und Smartwatches getestet und es wird Zeit mal für so ein abschließendes Fazit. So eine kleine Kaufberatung, was es so gerade am Markt gibt und was ich da empfehlen kann und was ich eher nicht empfehlen kann. Ich habe einfach mal so die ganzen Geräte der letzten Jahre, die ich getestet habe, einfach mal so preislich aktuell chronologisch sortiert und fange dementsprechend an. Ich habe sie jetzt nicht alle hier, ein paar habe ich mittlerweile verschenkt, ein paar habe ich wieder verkauft und ein paar habe ich anderweitig verlegt. Ich fange vielleicht mit dem ersten an, das ist das Samsung Galaxy Fit E-Band. Wer meine Videos gesehen hat, der weiß ja, ich war nicht so ganz begeistert von dem Gerät. Das hat damals, ich glaube, 40 Euro gekostet, war quasi so das günstigste Samsung Wearable, was es überhaupt gab. War aber komplett am works, hat in wirklich keiner Kategorie überzeugen können und mittlerweile kostet das 28 Euro. Aber auch heute sage ich noch, lasst die Finger von dem Samsung Galaxy Fit E-Band. Da ist nichts drin, da ist kein GPS drin, da ist die Akkulaufzeit, ist mies, das Display ist mies, die Performance ist mies. Da gibt es sonst keine Besonderheiten, also lasst es einfach. Samsung Galaxy Fit E zur Seite. Das nächste Band, preislich gesehen, ist das Xiaomi Mi Band. Wer meinen Kanal verfolgt, weiß, dass ich das eigentlich schon seit der ersten Generation teste. Hier habe ich zum Beispiel das Xiaomi Mi Band 1S. Das war das erste Band, das auch ein Pulsmesser hatte. Ich meine, das erste Mi Band hatte ja noch keins. Das war nur ein reiner Schrittzähler in dem Sinne. Seit der 1S-Version gab es ein Pulsmesser, dann gab es ein Display mit der 2er-Version und dann gab es auch irgendwann auch mal ein Touch-Display. Jetzt wie gerade beim Xiaomi Mi Band 4. Kostet aktuell, wenn ihr es in Deutschland bestellt, so um die 30 Euro. Wenn ihr es in China bestellt, kriegt ihr das Ding auch mittlerweile für unter 20 Euro. Also, das ist auch mittlerweile ein Gerät, wo ich sage, das überzeugt immer noch. Die Xiaomi-App ist gereift. Die Akkulaufzeit ist jetzt leider nicht mehr sechs Wochen wie beim Xiaomi Band 1, aber ihr kommt damit eigentlich immer noch problemlos drei Wochen plus über die Runden. Das ist überhaupt kein Thema. Das Touch-Display ist in Ordnung. Die Performance ist in Ordnung. Wie gesagt, Farbe gibt es mittlerweile auch. Ihr habt aber, wie gesagt, keinerlei GPS-Funktionalitäten, zusätzliche Apps, NFC-Pay-Möglichkeiten mit Google Pay oder sonst irgendwas. Es gibt zwar irgendwie so eine chinesische Version mit NFC, das ist aber eher für den chinesischen Markt, dass ihr dort irgendwie drahtlos mit dem Band bezahlen könnt. Aber wie gesagt, Xiaomi Mi Band 4 habe ich an diverse Leute verteilt, auch innerhalb meines Freundeskreises oder der Familie. Und wenn ihr wirklich einen reinen Schrittzähler braucht, der euch vielleicht ab und zu mal eine Nachricht anzeigt oder sowas, dann seid ihr mit dem Xiaomi Mi Band bestens bedient. Wenn es ein bisschen mehr sein darf, dann würde ich euch momentan das Honor Band 5 empfehlen. Das ist quasi das Gleiche, was Xiaomi mit dem Mi Band hat, nur von Honor, beziehungsweise bei Huawei ist es, glaube ich, das Huawei Band 4, also immer eins weniger. Ist dazu identisch. Beim Honor Band 5 war ganz, ganz interessant. Die haben diese Sauerstoffmessfunktion eingebaut. Also das ist ganz nett. Die gibt es bei Mi Band zum Beispiel nicht, wenn ihr so die Sauerstoffsättigung benötigt. Also ich bräuchte das jetzt nicht. Ist ein nettes Feature, aber ansonsten von den Funktionalitäten gibt es das alles nichts. Das ist dann immer nur eine Frage, ob ihr eher mit der Xiaomi App arbeiten wollt oder mit der Huawei App. Die sehen halt optisch ein bisschen anders aus von der Aufmachung, wie die Daten dargestellt werden. Aber kostet momentan so 35 Euro. Akkulaufzeit 10 Tage plus. Ist jetzt nicht ganz so stark wie beim Xiaomi Mi Band, aber ihr werdet damit auch immer noch wunschlos glücklich sein. Wenn es ein bisschen mehr und ein bisschen größer sein kann, dann habe ich hier zum Beispiel eine Amazfit Bip. Amazfit, wer das nicht weiß, ist ja so der Auftragshersteller von Xiaomi, die ja quasi fast alles herstellt. Also eigentlich ist es ja Huawei, aber Amazfit ist quasi die Marke von denen, von deren Eigenprodukten. Und das ist, wie gesagt, die Amazfit Bip. Die sieht überraschenderweise sehr stark nach einer Apple Watch aus, wie halt die meisten Amazfit Produkte, die in dem Segment sind. Hat im Prinzip dieselben Funktionalitäten wie ein Xiaomi Mi Band. Also da ist jetzt nichts großartiges Neues dabei, außer dass natürlich das Display ein wenig größer ist. Ihr könnt bei der Amazfit Bip auch immer noch ganz mal die Mi Fit App benutzen von Xiaomi. Ihr könnt aber auch die Amazfit App benutzen. Also das ist noch die Generation, wo ihr quasi die Mi App mit benutzen könnt. Auch hier Akkulaufzeit, je nachdem wie ihr es nutzt, problemlos 10 Tage plus. Ja, also gibt auch noch eine Taste an der Seite. Ist wie gesagt, ich würde schon sagen, der erste Einstieg in eine Smartwatch in Anführungszeichen. Man kann auf jeden Fall ein bisschen mehr ablesen, als man das bei den Mi Bandern zum Beispiel machen kann. Aber ansonsten von den Funktionalitäten alles vergleichbar und kostet so um die 60 Euro. Der interessante Part hier ist noch, bei der Amazfit Bip ist auch ein GPS-Empfänger drin. Also ihr könnt das Ding quasi auch ohne Smartwatch, also Smartwatch, ohne Smartphone draußen nutzen, wenn ihr irgendwelche Aktivitäten tracken wollt. Das ist ganz interessant. Hier müsst ihr nur aufpassen, es gibt bei Aldi und Co. momentan regelmäßig immer so Angebote, wo die Amazfit Bip Lite verkauft wird. Die kostet nur 40 Euro. Ist nahezu das gleiche Gerät, nur dass da halt kein GPS drin ist. Solltet ihr beim Hinterkopf behalten. Und wenn ihr das in Hochglanz haben wollt, dann nehmt ihr halt die Amazfit GTS. Die kostet so 130 Euro. Die habe ich jetzt selber noch nicht getestet, aber die ist quasi die Hochglanz-Variante von der Bip. Das ist Display noch ein bisschen größer und so ein paar Funktionen mehr und so weiter. Aber Amazfit Bip, wunderbarer Einstieg für die Leute, die halt nicht ein Band haben wollen, sondern eher was Uhrmäßiges. So, preislich wären wir dann bei der nächsten Band, das ich jetzt auch nicht hier habe. Das ist das Samsung Galaxy Fit Band. Das hat ja bei Release 100 Euro gekostet, wenn ich mich recht erinnere. War per se gar nicht so schlecht. Also auch so von den Funktionen war es durchaus vergleichbar mit dem Xiaomi Mi Band und so. Das Display war sehr schön. Performance war auch in Ordnung. Es war auf jeden Fall sehr viel besser als das Samsung Galaxy Fit E Band. Nichtsdestotrotz war das in meinen Augen einfach viel zu teuer. Also die Akkulaufzeit war eine Woche ungefähr und mittlerweile ist der Preis ein bisschen gesunken auf 70 Euro. Aber ich sehe momentan auch weiterhin keinen Grund, warum man das Samsung Galaxy Fit Band einem Xiaomi Mi Band oder einem Huawei Honor Band vorziehen sollte. Samsung Galaxy Fit Band ist okay, wenn man es bekommt, kann man damit arbeiten. Ich würde es jetzt aber nicht empfehlen, um das unbedingt zu kaufen. Wir kommen jetzt in die Kategorie über 100 Euro. Da hätte ich momentan die Amazfit Verge im Angebot. Auch wieder Amazfit, derselbe Hersteller wie von der BIP zum Beispiel hier. Das ist eine Smartwatch-Variante von Amazfit. Die haben ja auch so eine Reihe. Es gibt ja die Verge, die Stratos und wie sie alle heißen. Es sind verschiedene Ausstattungsstufen mit höherpreisigen und niedrigpreisen. Und Verge ist quasi so die Einstiegsvariante in die Smartwatch-Welt. Auch hier wieder, ihr könnt die mit der Mi Fit App nutzen, aber ihr braucht auf jeden Fall die Amazfit App, um das zu paaren. Und ihr habt aber hier trotzdem dann eigentlich eine vollwertige Smartwatch. Also es gibt auch GPS, der Akku hält relativ lange, noch länger, sage ich mal, als bei anderen Smartwatches. Ihr seid aber relativ eingeschränkt auf das, was Amazfit euch liefert quasi. Ihr könnt ja keine Apps nachliefern, kein Spotify, kein Google Pay und so Sachen. Das geht alles nicht. Aber ihr habt GPS und ihr könnt das wirklich als vollwertiges Smartwatch nutzen und auch fürs Tracking unterwegs ohne ein Smartphone. Kostet so um die 110 Euro aktuell. Auch hier wieder der Hinweis, es gibt eine Amazfit Verge Lite zum Beispiel. Das ist dann wieder die abgespeckte Version. Da ist, glaube ich, auch kein GPS-Sender drin, also Empfänger drin. Das ist nur so am Rand. Die Lite-Variante habe ich gar nicht getestet, weil mich das nicht interessiert hat. Dann kommen wir so zur nächsten Stufe. Das ist jetzt hier die Samsung Galaxy Watch Active 1. Die hat jetzt auch schon wieder ein bisschen was auf dem Buckel. Also über ein Jahr alt ist die. War quasi so die erste Active Smartwatch von Samsung, nachdem sie die Samsung Galaxy Watch auf den Markt gebracht hatten. Ihr könnt es schon sehen, da fehlt jetzt die Lünette. Das ist jetzt eher dieser schlanke Ansatz. Ist ansonsten aber vom Funktionsumfang eigentlich nahezu identisch zu dem, was an der Samsung Galaxy Watch ist. Und hier habt ihr ein wunderbares Display. Der Akku hält je nach Nutzung so zwischen zwei und vier Tage. Ihr habt da ein richtig performantes Gerät habt ihr. GPS ist da drin. Ihr könnt Apps nachliefern über den Samsung Galaxy App Store. Manchmal besser, manchmal schlechter. Aber es gibt auf jeden Fall auch eine Spotify App. Also ihr könntet theoretisch auch hier Spotify offline nutzen. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Feature, was viele Smartwatches nicht haben. Und für viele Leute interessant ist, die dann halt auch laufen gehen wollen, ohne ein Smartphone dabei zu haben. Wie gesagt, Samsung Galaxy Watch Active 1. Die sollte damals, glaube ich, auch so eine Blutsättigungsfunktion bekommen oder irgend sowas. Hat sie, glaube ich, auch bis heute nicht bekommen. Nichtsdestotrotz kostet um die 150 Euro. Meine Frau benutzt die momentan und ist damit eigentlich ganz happy. Und ja, es gibt es auch wieder in verschiedenen Varianten, was die Optik angeht. Kommen wir mal zur nächsten Uhr. Das ist auch wieder eine von Samsung. Das ist die Samsung Galaxy Watch. Gibt es ja auch wieder in 46mm und in 42mm. Die Samsung Galaxy Watch hat mir damals richtig gut gefallen. Ich hatte da vorher die Samsung Galaxy S3 Frontier. Also es war auch so eine Smartwatch mit Lünette. Und die Samsung Galaxy Watch hat mir sehr gut gefallen. Also ich habe die 46mm Variante gehabt. Und die Akkulaufzeit, je nach Nutzung, bei mir war es halt auch wieder 5 Tage plus. Das ist immer ganz schön bei einer Smartwatch. Auch hier, genau wie bei der Active 1, quasi alle Funktionen, die man da hat. Auch hier gibt es leider auch kein Samsung Pay in Deutschland. Also kabelloses Bezahlen funktioniert leider nicht mit den Samsung Smartwatches. Das gilt prinzipiell eigentlich für alle Smartwatches von Samsung. Ist aber auch in meinen Augen eigentlich immer noch eine der besten Smartwatches. Und gerade wenn ihr Android nutzt, könnt ihr da die Funktionen wirklich ausreizen. Bei einem iPhone habt ihr wie bei allen Android, ich nenne es mal, oder nicht Apple Smartwatches, das Problem, dass ihr halt auf Benachrichtigungen und was nicht reagieren könnt. Aber Samsung Galaxy Watch ist in meinen Augen immer noch das Geld wert. Und gerade wenn ihr eine physikale Chilinette wollt, ist das die Smartwatch, wo ihr hingehen solltet. So, die nächste Smartwatch, die ich auch nicht hier habe, die hat mein Vater aktuell. Das ist die Huawei Watch GT2. Das ist quasi so das Pendant zur Samsung Galaxy Watch von Samsung. Und kostet auch so aktuell so um die 200, 220 Euro. Da ist die Besonderheit, ihr seid auch wieder komplett im Huawei Cosmos. Ihr braucht also die Huawei Apps. Ihr könnt leider keine Apps nachinstallieren, wie das bei Samsung zum Beispiel möglich ist. Es gibt auch keine kabellosen Bezahlmöglichkeiten. Also Huawei Pay oder das gibt es auch nicht. Dafür hält halt bei der Huawei Watch GT2 der Akku halt wirklich zwei Wochen und länger. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Unterschied zur Konkurrenz. Ihr könnt damit auch telefonieren, genauso wie mit der Samsung Galaxy Watch. Habe ich nebenbei vergessen zu erwähnen. Samsung Galaxy Watch, mit der könnt ihr telefonieren. Da ist ein Mikro und ein Lautsprecher drin. Bei der Active 1 ist kein Lautsprecher drin. Aber auch Huawei Watch GT2 könnt ihr auch zum Telefonieren benutzen, wenn die per Bluetooth mit dem Smartphone verbunden ist. Insgesamt, Huawei setzt ja da auf sein LightOS Betriebssystem. Ich bin noch nicht so ganz davon überzeugt, aber das was es tun kann, das tut es. Performance ist nicht ganz so performant wie auf einer Samsung Smartwatch. Aber für den Preis könnt ihr nicht viel falsch machen. Auch hier der Hinweis. Unter Android ist es auch, was die Benachrichtigung angeht, nur eingeschränkt nutzbar. Also ihr könnt Benachrichtigungen sehen, ihr könnt aber nicht darauf antworten. Das ist zum Beispiel in meinen Augen eine sehr gute Empfehlung, wenn ihr die auch mit einem iPhone nutzen wollt. Weil der Unterschied zwischen einem Android-Smartphone und einem iPhone wird mit der Huawei Watch GT2 kein großer sein. Also ihr werdet da quasi so gut wie keine Unterschiede erkennen. Und ihr habt da, wie gesagt, diese Bomben-Akkulaufzeit unter dem Gesichtspunkt, wem Akkulaufzeit wichtig ist, dem kann ich die Huawei Watch GT2 wärmstens weiterempfehlen. Preislich die nächste Stufe, da wären wir jetzt schon bei der Apple Watch Series 3. Die ist jetzt auch schon eine Weile alt. Ist aber in meinen Augen immer noch eine sehr gute Alternative, wer jetzt keine Apple Watch Series 4 oder 5 kaufen will. Ist primär natürlich für iPhone-Nutzer. Mit einem Android-Smartphone werdet ihr die Apple Watch nicht zum Laufen bekommen. Und wie gesagt, die ist nahezu vom Funktionsumfang nahezu identisch zur Apple Watch Series 4. Hat kein EKG wie die Series 5. Aber ansonsten, wenn ihr ein iPhone habt und euch eine Smartwatch zulegen wollt und gerade diesen Apple-Kosmos mögt, dann greift gerne als Einstieg zur Apple Watch Series 3. Zur 2 würde ich nicht mehr greifen. Die ist jetzt dann doch zu alt und der Akku ist da auch vergleichsweise schlechter. Die nächste Smartwatch, die kommt jetzt von Google, nicht direkt, sondern mit Wear OS, also Googles Betriebssystem für Smartwatches. Das ist die Fossil Carly HR. Das ist die fünfte Generation von Fossil und die hatte ich ja jetzt auch schon gekauft und getestet. Die ist aktuell auch bei einem Bekannten, der sie testen wollte. Und kostet, variiert regelmäßig, aber kostet momentan 250 Euro. Das Besondere daran ist, es ist eine von den ersten Wear OS Smartwatches, die 1 GB RAM haben. Das ist insofern wichtig, weil die Performance bei den Wear OS Smartwatches meistens immer ein bisschen lahm war. Also wenn ihr vorher mit einer Samsung Galaxy Watch gearbeitet habt und mit einer Apple Watch und dann auf eine Wear OS Smartwatch wechselt, dann werdet ihr keinen Spaß haben. Es sei denn, ihr habt eine von den neueren Generationen, wo wie gesagt dieser 1 GB RAM drin ist, weil dann wird die Performance spürbar besser. Ihr habt bei Wear OS natürlich den Vorteil, das ist der Google Cosmos. Das ist gerade mit einem Android Smartphone funktioniert das sehr gut. Ihr könnt dort Google Pay benutzen. Das ist sehr wichtig, falls ihr das braucht. Ihr könnt hier diverse Apps nachinstallieren aus dem Google App Store. Das funktioniert auf jeden Fall. Die Akkulaufzeit ist bescheiden, also ihr kommt in der Regel einen Tag über die Runden. Mit manchen Uhren kommt ihr auch zwei Tage, je nach Nutzungsverhalten, aber viel mehr dürft ihr dort nicht erwarten. Mit der Fossil Carla HR könnt ihr auch telefonieren. Also da ist auch der Google Assistant verbaut, den könnt ihr nutzen. Ein Lautsprecher ist verbaut. Also wenn ihr dann eine Wear OS Smartwatch holen wollt, dann ist das eine von den Smartwatches, die ich da empfehlen kann. Fossil an sich ist ja generell von der Optik her eher, sag ich mal, auf hübsch getrimmt und auf Business Casual und hat nicht so den ganz knobigigen Eindruck wie andere Hersteller. Die nächste Uhr auf meiner Liste, das ist die Samsung Galaxy Watch Active 2. Also ich hatte hier die Active 1. Dann gab es ja quasi ein halbes Jahr später gab es schon die Active 2. Die ist jetzt auch gerade bei einem Bekannten, der die gerade testet. Und kostet momentan so um die 250 Euro. Das variiert aber auch immer, da gibt es regelmäßig Angebote. Und das sollte ja quasi die erste Samsung Smartwatch werden mit einer EKG-Funktion. Wir haben jetzt Ende Q1 2020. Gerade gab es wieder die Information, Samsung verschiebt das schon wieder. Es gibt Gerüchte, die haben noch nicht mal angefangen davon, irgendwelche Studien zu machen, damit es dann eine Zulassung gibt. Also ich glaube nicht, dass wir bei der Samsung Galaxy Watch Active 2 in naher Zukunft eine EKG-Funktion bekommen werden. Vielleicht bei der nächsten Generation, vielleicht ist Samsung da weiter. Aber ansonsten, Samsung Galaxy Watch Active 2 ist quasi die Active 1. Nur dass es hier noch einen Lautsprecher gibt und das Display ein bisschen größer ist. Ansonsten unterscheiden sich die Funktionen nicht wirklich. Ihr habt wie gesagt auch hier das Problem, Samsung Pay gibt es in Deutschland noch nicht oder generell in Europa noch nicht. Ansonsten habt ihr eure Galaxy App Store. Performance ist gut, telefonieren könnt ihr sehr gut damit. Und Akkulaufzeit, je nach Nutzung, ist auch zwischen zwei und vier Tagen. Es gibt ja da auch die größere und die kleinere Variante. Also die gibt es dann glaube ich in 44 mm und 40 mm und die Active 1 gab es glaube ich nur in 42 mm oder 40 mm. Ich weiß gar nicht, das kommt ja immer durcheinander mit den Größen. Aber auf jeden Fall ist genauso wie die Galaxy Watch eine von den Smartwatches, die ich empfehlen kann. Hier ist einfach nur der optische Faktor, braucht ihr noch so eine Linette oder nicht? Weil hier ist dann diese digitale elektronische Linette drauf, wo ihr über den Rand streichen könnt. Benutze ich eigentlich nicht, aber das ist vielleicht ein Entscheidungsfaktor für euch, ob die Galaxy Watch Active 2 in Frage kommt oder nicht. Ja, eine Uhr, die ich schon fast vergessen hatte, das ist die Mobvoi TicWatch Pro. Das ist auch wieder eine Wear OS Smartwatch aus dem Halse Mobvoi und gibt es jetzt gerade in der 2020er Variante. Die vorherjährige Version war von 2018, hat jetzt den Vorteil, die gibt es mittlerweile für 1 GB mit 1 GB RAM. Also die Performance-Probleme sind hier weg und ansonsten könnt ihr das Ding halt voll nutzen, wie ihr alle Wear OS Smartwatches nutzen könnt. Das Schöne ist auch hier, hier ist noch so ein zweites Display verbaut, was als Always-On-Display verwendet werden kann. Das ist so das Spardisplay und vor allem hier ist es wichtiger, wenn euch Wear OS wichtig ist und ihr eine lange Akkulaufzeit haben wollt, dann greift ihr TicWatch Pro. Damit kommt ihr auf jeden Fall so, zwei Tage auf jeden Fall. Eventuell schafft ihr auch drei oder vier Tage je nach Nutzungsverhalten. TicWatch Pro kostet so um die 260 Euro. So, jetzt bin ich quasi schon am Ende. Hier habe ich die Apple Watch Series 5, die nutze ich ja gerade momentan mit meinem iPhone und kostet aktuell 400, 420 Euro. Also je nachdem, also wenn ihr dann irgendwelche Stainless-Steel-Keramik oder sonst was, dann zahlt ihr auch mal schnell 500, 600, 700 Euro. Das ist für mich jetzt so die günstigste Smartwatch gewesen von Apple, die ich bisher gekauft habe. Also man hätte auch noch die kleinere Variante nehmen können, aber generell Apple Watch ist halt, wenn man ein iPhone nutzt und wirklich im Apple Cosmos ist, ist es wahrscheinlich einfach die sinnvollste Alternative. Man hat auf jeden Fall Apple Pay. Was die Akkulaufzeit angeht, ich komme damit in der Regel zwei Tage durch die Runden, wenn ich nicht allzu viel GPS nutze. Ein Tag auf jeden Fall. Telefonieren könnt ihr damit sehr gut und ja, es ist einfach ein rundes Bild, wenn ihr ein iOS-Gerät nutzt. Mit dem Android-Gerät könnt ihr die Apple Watch ja eh nicht nutzen und insofern, ja. Ja, jetzt bin ich quasi so mit meiner Liste fertig von den Produkten, die ich jetzt wirklich getestet habe in den letzten zwei, drei Jahren. Was euch vielleicht aufgefallen ist, ich habe da jetzt nichts Großartiges von Garmin oder von Fitbit. Das liegt aber darin, hat mich bisher jetzt nie so wirklich überzeugt gehabt. Ich hatte mal eine Garmin Vivoactive 3. Die ist ja, glaube ich, mittlerweile gibt es schon. Die Vivoactive 4 gibt es auf jeden Fall. Ob es die 5 gibt, weiß ich nicht. Garmin ist ja eigentlich eher so, sage ich mal, die erste Wahl für Ausdauersportler da draußen. Leute, die sehr viel laufen oder Sport oder Biathlon, Triathlon machen. Das habe ich in meinem Bekanntenkreis ein paar Kollegen und die schwören da drauf. Bei Garmin an sich, also diese Sport-Tracking-Funktionalitäten, die sind da eigentlich ganz gut ausgebaut. Diese smarten Funktionalitäten sind eher eingeschränkt. Ihr könnt zwar trotzdem irgendwie benachrichtigen und benachrichtigungen lesen und antworten und sowas, aber das solltet ihr im Hinterkopf behalten. Performance ist auch, finde ich, auch nicht so rosig im Vergleich zur Konkurrenz. Aber es gibt auf jeden Fall Garmin Pay. Also ihr könnt damit auch ohne Smartphone und sowas bezahlen. Das ist schon mal ganz nett. Und Fitbit an sich ist ja auch eher so der Marktführer gewesen. Mir hat aber die Optik der Uhren bis Handy sogar uns gefallen und auch der Fitnessbänder. Die wurden jetzt auch aufgekauft von Google. Insofern bin ich mal interessant, ob es da wirklich spürbar neue Geräte geben wird in naher Zukunft oder ob es dann irgendwann auch dieses Google-Branding geben wird. Bei Fitbit gibt es ja auch Fitbit Pay, soweit ich weiß. Das gibt es aber auch bisher nur mit ein paar mit den Premium-Produkten von Fitbit, wo die genutzt werden können und die kosten ja, glaube ich, dann auch 150, 200 Euro aufwärts. Ich glaube, die Fitbit Versa, das ist, glaube ich, ja die Versa 2, die Ionic oder wie sie heißen. Also es gibt da so ein paar, vielleicht werde ich demnächst noch ein paar Fitbit-Uhr testen oder sowas, aber das wollte ich einfach der Vollständigkeit halber sagen. Und ansonsten, es gibt natürlich am Markt gefühlte 10 Millionen No-Name-Produkte von China-Herstellern, wie sie alle heißen und die haben im Prinzip alle ihre eigene Software, ihren eigenen Kosmos und da ist es dann, wenn man keine großartige Anforderungen hat, kommt man damit ganz gut klar. Die sind ja meistens auch relativ günstig, aber sobald man irgendwie mehrere Apps haben möchte, eine Anbindung an Smartphone mit Apps wie Rantastic und Co., dann ist da meistens Schluss. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie lange das Video geworden ist. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch mal einen kurzen Überblick geben. Ihr habt ja gesehen, die Preise variieren doch sehr stark voneinander. Dann müsst ihr selber entscheiden, was für euch wichtige Features sind und worauf ihr verzichten könnt. Und an der Stelle nochmal der Hinweis, weil ich oft gefragt werde, stimmen die Kalorienanzeigen, stimmen die Stritte und sowas. Das ist eh eigentlich alles Murks. Ja, ihr solltet das für euch einfach nur als reine Tendenz nehmen, weil es gibt natürlich immer Fitnessbänder, die häufiger mehr Schritte anzeigen, mehr Kalorien anzeigen oder weniger, aber ihr solltet euch darauf nicht verlassen und ihr solltet es immer als Indikator nehmen und auch diese ganze Pulsmessung, das sind alles keine medizinischen Geräte und das solltet ihr im Hinterkopf behalten. Ja, das war es von meiner Seite. Ich höre es einfach auf. Ich habe genug gelabert. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr momentan für ein Wearable oder eine Smartwatch nutzt. Würde mich mal interessieren. Schreibt mir gerne mal, was ich in Zukunft testen soll, weil es werden ja demnächst bestimmt noch ein paar Wearables oder Smartwatches kommen. Das waren bestimmt nicht die letzten Produkte, die ich getestet habe. Und ja, an der Stelle vielen Dank fürs Dranbleiben und euch noch einen schönen Sonntag. Bis die Tage. Macht's gut. Ciao, ciao.